Das Spiel gegen Caja Granada aus Spanien, einen guten Auftakt erwischte. Timo Boll kam zu einem sicheren Sieg gegen Diduch und jetzt also das zweite Einzel. Christian Süß hier vorne gegen Hechnito, so wird er genannt in Spanien, wo er seit rund zehn Jahren lebt. Christian Süß, der ersten Durchgang, hat den ersten Satz für sich entscheiden können mit 11 zu 9. 2-6-7-8-9 Das war's. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR